Herzlich willkommen in unserer neuen Filiale Spitalbachstraße unseres Beratungszentrums. Unsere neue Filiale ist größer, moderner, heller geworden. Wie ihr schon erkennen könnt, haben wir auch eine ganz tolle neue Leinwand bekommen und hier auf der rechten Seite haben wir unser Überweisungsterminal für Kontoservice und unseren Kontoausschussdrucker. Wenn wir einmal auf die andere Seite schauen, haben wir zwei Ein- und Auszahlungsautomaten und in der Mitte haben wir unseren Geldautomaten. Nachdem wir euch jetzt hier unseren SB-Bereich vorgestellt haben, der 24 Stunden für euch geöffnet ist, möchten wir euch nun einen kompletten Einblick unserer Filiale zeigen. Wir starten an unserer rechten Seite mit unseren Büros der Individualkundenberater. Hier haben wir Nummer 1. Dann gehen wir weiter zu unserem zweiten Büro und auch unser drittes Büro. Hier haben wir noch eine kleine Sitzecke für unsere Kunden, die auf einen Beratertermin warten. Nun zeigen wir euch unsere Service Points, wo wir unsere Kunden herzlich begrüßen. Dann haben wir noch eine kleine Spielecke für unsere kleinen Anleger. Und hier hinten befindet sich unsere Münzzählmaschine. Hier können unsere Kunden selbst ihr Kleingeld auf das Konto einzahlen. Nicht wie früher, dass sie zuerst zu uns an den Schalter müssen. Dann erhaltet ihr hier jetzt nochmal einen Blick über unseren Servicebereich. Und hinten haben wir noch ein neues Beratungszimmer für uns Privatkundenberater, dass wir auch unsere Beratungen durchführen können. Wir freuen uns auf euren Besuch!